Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, eben um kurz nach 15 Uhr, heute am 20.01.2016, hat mich die Frau Rosi S. von Facebook informiert. Sie haben noch eine kleine Spende zugesagt für die Aktion, für die Verschenkenaktion an Beratungsstellen für das Handbuch Wiener Stand gegen Hartz IV. Und der Betrag ist bereits heute um diese Uhrzeit erreicht. Das Projekt kann stattfinden. Startlängst wird das Geld an mich auszahlen. Die Bücher sind ja auch schon bestellt, im Vertrauen darauf, dass es klappen wird. Ich denke, wir werden gemeinsam fünf Beratungsstellen unterstützen. Wir werden jeweils zehn Bücher bekommen und eine CD-ROM mit den Texten frei verfügbar für die Beratungspraxis. Und das war nur dank euch möglich. Ich hatte vielleicht die Idee, aber ohne eure Hilfe, sei es direkt durch Geld oder durch Leiten, Teilen, Weitersagen, wäre das nicht möglich gewesen. Wir haben jetzt eigentlich noch 26 Tage Zeit. Sollten noch weitere Berner einlaufen, macht das gar nichts. Ich gehe dann mal so richtig schick Eis essen. Nein, natürlich nicht. Leider gibt es mehr als fünf Beratungsstellen in Deutschland. Glücklicherweise gibt es die, aber es sind noch viele da. Und es werden dann einfach noch einige Beratungsstellen mehr, je nach Geldeingang, einbezogen. Und bekommen von uns die Hilfe in dieser Form. Und, wie gesagt, ich bedanke mich einfach ganz herzlich bei euch. Sollte auch. Sollte auch. Sollte auch. Sollte auch. Höchst. Danke! Danke! Danke!